Wir am ELS-Institut sind ja schwerpunktmäßig spezialisiert auf die Erwachsenenbehandlung, sodass wir da im Rahmen der Zahnregulierung auf sehr ästhetische und unauffällige Methoden Wert legen. An erster Stelle ist das Invisalign-System zu nennen. Wir sind spezialisiert auf Invisalign und auch einer der fünf größten Anbieter innerhalb Europas und haben mittlerweile über 2000 Fälle erfolgreich abgeschlossen und behandelt, sodass wir da wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse bekommen können auf eine sehr schonende, effiziente und ästhetische Weise. Die zweite Option wäre dann die linguale Zahnspange. Das ist eine klassische festsitzende Zahnspange, die sitzt innen an den Zahnoberflächen. Und die dritte Option ist die ganz klassische außensitzende Zahnspange mit Brackets. Das ist eine klassische außensitzende Zahnspange mit Brackets-Zahnspange mit Brackets-Zahnspange mit Brackets-Zahnspange. Das ist eine klassische außensitzende Zahnspange mit Brackets-Zahnspange 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 mit Brackets-Z